Bei der kosmischen Geschwindigkeit hatten wir die Radialbeschleunigung. Natürlich kam die Frage, woher kommt dieses V-Quadrat? Leiten wir mal die Radialbeschleunigung her. Ich habe hier mal eine Skizze gemacht und zwar haben wir hier eine Kreisbahn, da bewegt sich irgendein Körper drauf. Masse ist jetzt egal. Und wenn ich zwei Zeitpunkte betrachte, nämlich den ersten, also Zeitpunkt T1 und Zeitpunkt T2, den zweiten, dann kann ich einstweilen nur durch geraden ziehen, kann ich sagen, okay, da die Radien beide gleich sind, es ist ja eine gleichmäßige, also gleichmäßig von der Bahngeschwindigkeit her, Kreisbewegung, kann ich sagen, okay, dann habe ich hier ein Dreieck und dann habe ich hier ein gewisses Delta S, also einen gewissen Weg, den ich hier zurücklege. Ruhig erstmal als gerade. Auf dieses krumme Stück kommen wir noch. Wenn ich den Körper losließe, würde er mit der Geschwindigkeit V1 abhauen. Der Geschwindigkeitsvektor steht also senkrecht auf dem Radius. Im Zeitpunkt P2 macht er das auch. V2, hier, Geschwindigkeit 2 steht wieder senkrecht auf diesem Radius. Da die aber beide gleich sind, habe ich darauf verzichtet, die als R1 und R2 zu bezeichnen. Das ist das eine. Wichtig. Jetzt kann ich aber auch sagen, parallel verschoben den alten Geschwindigkeitsvektor vom Zeitpunkt D1 hierher, bildet ein Dreieck mit dem neuen Geschwindigkeitsvektor und ich könnte einfach dazu sagen Delta V. Das ist ein Geschwindigkeitsunterschied und zwar in die Richtung, in Richtung des Kreises. Also hier nicht ganz, ist eine resultierende Richtung, aber sie wirkt einigermaßen schon in Richtung des Kreismittelpunkt. So ist besser. So. Unser Ziel ist allerdings noch mal A ist V durch T. Das kennen wir. Einfach mal links gucken und so weiter. Ich werde hier wahrscheinlich dann auch links anfügen. Die blitzen dann hier auf oder ihr geht auf das Feld hier überhaupt. Dann erscheint hier ein I und ihr könnt, aber das wisst ihr schon. Dann wartet das Video hier. Kein Problem. Dann könnt ihr hier nochmal zurückkommen. So. Jetzt sagen wir rein geometrisch müssen folgende Sachen passieren. Also V2 und V1 bleiben gleich, weil es ja eine gleichförmige Kreisbewegung ist. So. Wenn ich das sage, dann kann ich auch sagen R1 und R2. Wenn ich hier eine 1 und hier eine 2 ran schriebe, also hier 1, hier 2, dann wären die auch gleich. Alles wegen dieser gleichförmigen Kreisbewegung. Aber jetzt kommen wir wieder zu geometrischen Beziehungen. Dann müssen die beiden Dreiecke auch erstens nicht bloß gleichschenklich sein, sondern die Winkel Alpha und Beta müssen gleich sein. Warum? Nachgucken. Ich habe dann hier wahrscheinlich wieder einen Link eingefügt. Wie wir darauf kommen, das hat was nicht in diesem Fall mit Stufenwinkel zu tun, sondern weil ja die Geschwindigkeiten auf ihren Radien senkrecht stehen. Kann ich sagen, die beiden Winkel müssen auch gleich sein. Beides sind gleichschenkliche Dreiecke, er ist es eigentlich. Und beide Geschwindigkeitsvektoren, nämlich V1 auf seinem Radius und V2 auf seinem Radius stehen senkrecht. Demzufolge müssen die Innenwinkel hier gleich sein. Oh, das ist aber was Schönes. Das heißt, die beiden sind sich ähnlich. Und wenn ich die jetzt mal so wie hier angedeutet ineinander male, ähnlich heißt ja, alles gleiche Winkelverhältnisse, bloß das eine kann größer als das andere sein oder kleiner oder sogar gleich. Dann kann ich doch sagen, das kann ich auch dem Strahlensatz gleich setzen und ich kann diese Beziehung aufbauen. Delta S, hier dieses Delta S ist jetzt hier. Ich habe die Dreiecke ineinander gezeichnet. Verhält sich zu den Radien. Ditte zu Ditte. Guckt mal bei dem Link, ist ganz lustig, habe ich vom alten Berliner. Wie Ditte zu Ditte Ganze. So, also wie Delta V zu V. Machen wir mal weiter, wie sich es dann weiterentwickelt. Leute, wir haben zwar diese schicke Gleichung hier, aber die nützt uns noch nicht viel. Wir können die auch mal V umstellen, aber unser Ziel ist, dass wir irgendwie V durch T rauskriegen. Das heißt, wenn wir die Gleichung umstellen, dann steht hier Delta V. Und da kann ich was machen. Hier kann ich dann weiter mal durch T dividieren. Hier, das bleibt übrig. Notfalls mal in den Playlists gucken, Gleichung lösen oder wie man das macht, weil es nicht mehr wisst. Oder ich kriege hier noch einen Link und da muss ich mal sehen, welcher am wichtigsten ist. Ich habe jetzt die Gleichung hier nochmal umgeschrieben. Delta V habe ich mal auf die linke Seite geholt, weil es schicker aussieht. Und den anderen Kram hier, den habe ich hierhin gemalt. Jetzt teile ich mal durch Delta T. Durch Delta T deswegen, weil Delta T hier auch nur innerhalb von einem Zeitpunkt auf den anderen eine Zeitdifferenz ergibt. Deswegen Delta T. Gut. Jetzt sieht das so aus. Jetzt steht hier Delta V durch Delta T. Oh, das sieht doch unserem V durch T schon mal ganz ähnlich. Wir kommen gleich drauf. Und hier drüben natürlich, und weshalb ich das gelb gemalt habe, sage ich gleich, erscheint Delta T auch unterm Bruchstrich. Jetzt müssen wir Delta T aber mal gegen Null gehen lassen. Also ganz klein machen. Dann kann man doch sagen, dann wird Delta S auch immer kleiner und wird ein Stückchen sozusagen dieser Kreisbahn, ein echtes Kreisbahnstück, hat was mit Differenzialrechnung zu tun, Grenzwertbetrachtung und so weiter. Müsstet ihr eigentlich wissen. Aber selbst wenn man das mit der Grenzwertbetrachtung und dem Differenzial und so weiter nicht weiß, müsste es logisch sein, je kürzer das Delta S ist, also dieses Wegstück, was ja eigentlich erst mal gerade war, umso mehr gleicht es einem kleinen Stückchen auf der Bahn. Das ist schön. Denn jetzt kann ich sagen, Delta S ist V mal Delta T. Ich sage ganz einfach, Delta S, dieses Stück, ist Bahngeschwindigkeit mal Zeitpunkt. Und der Zeitpunkt wird ja immer kleiner, damit das Bahnstück sich der Kreisbahnbewegung anpasst. Beziehungsweise, ich habe so ausgedrückt, S ist V-Bahn mal T. Aber das ist jetzt gar nicht so wichtig. Aber hier, wenn ich das wieder umstelle nach V, dann steht hier Delta S durch Delta T ist V. Das heißt, wir können diesen Term hier schick ersetzen. Andere Sache. Wenn ich sage, die Bahngeschwindigkeit ist also S durch T, dann kann ich doch auch hier aus dieser Formel ableiten. Na ja, dann ist die Radialbeschleunigung Delta V durch Delta T. Müsste einleuchten. Und das steht hier drüben. Na wunderbar. Deswegen habe ich das auch farblich markiert. Also kann ich sagen, ist die Radialbeschleunigung, in diesem Fall V, habe ich hier abgeleitet, aus, also V aus diesem Term hier oben, mal, und hier hinten steht nämlich noch V mal R. Und jetzt sieht man, dass, wenn ich V mal V nehme, das bleibt ja oben auf dem Bruchstrich, steht V Quadrat durch R. Was das mit der Bahnbeschleunigung und der, äh, mit der Radialbeschleunigung und der Radialkraft zu tun hat, da werde ich jetzt zum Schluss noch einen Link einfügen. Wir müssen uns nochmal das Newton'sche Axiom seiner Wortbedeutung nach angucken und das geht ganz schnell und ist höchst interessant und dürft ihr euch die Augen auch noch weiter öffnen, falls ihr das nicht schon alles wisst. Gut, ich wünsche euch was. Ich hoffe, dass es geholfen hat. Bis dann. Tschüss.